Ich werde mir Zeuge, es ist das Duell, das Duell des heutigen Tages, das Nudelsuppen-Wettschlürfen in der Kategorie Super Super Verdammt Nochmal Aua Schaf. Genau, die Socken werden fleißig verrückt, die wollen wir jetzt aber wirklich gut verteilt haben, da wollen wir nicht den ganzen Fleckse auf einmal essen, weil dann fallen wir wahrscheinlich um. Niemals kriege ich hier zu hören. Das wäre immer sehr richtig. Sieht gut aus. Wir sind dann fertig. Sehe ich das richtig? Also dann, das Finale, die letzte Runde, das Schärferwett-Essen beginnt auf meinem Kommando. In 3, 2, 1. Es ist unglaublich, wie viel noch in diese Mägen passt. Es ist super scharf. Und, oh mein Gott, er hat es wieder geschafft. 10 Sekunden, halte durch. Lass es in deinen Magen. 10 Sekunden, dann hast du es geschafft. Und wir sind durch. Ein absolut knappes Rennen. Es ist unglaublich, was hier in diese Mägen passt. Wie viel an Schmerz hier überhaupt noch durchkommt. Ich frage mich, ob wir überhaupt noch die nächsten Tage etwas schmecken werden können. Können du es. Ihr dürft jetzt gerne ein bisschen Brot essen, etwas Milch trinken, den Magen beruhigen. Vielleicht rächt sich das heute Abend. Vielleicht rächt sich das erst morgen. Wir werden sehen. Aber was sich definitiv nicht rächen wird, das ist der Sieg. Denn es gibt Preise, die kommen gleich hier vorne auf die Bühne. Wohlverdient, definitiv. Also wenn man das nicht als Sport zählen kann, dann weiß ich auch nicht. Weil da gab es jetzt viel Blut. Nein, Blut noch nicht. Aber Tränen und Schmerz gab es auf jeden Fall. Schweiß auch. Ich hoffe, es gibt kein Blut. Hoffentlich, hoffentlich. So, nochmal schön durchatmen. Der Eimer steht hinter euch, falls jetzt doch nochmal. Jetzt seid ihr safe. Jetzt könnt ihr doch gerne wieder raus. Aber muss nicht unbedingt, okay? Muss nicht unbedingt sein. Und da sind auch unsere Preise. Es sind Konthüten und die sind gefüllt mit aller Hand. Der zweite Platz kriegt die Konthüte mit der zweiten Soße zum Zuhause nachkochen. Ein bisschen nachfühlen. Für die Flashbacks sozusagen. Also ein paar Tropfen in die Soße rein. Viel Spaß damit. Und unser erster Platz kriegt was? Die erstschärfste? Die zweitschärfste. Genau, der kriegt die zweitschärfste Soße mit dazu. Auch nochmal für ein paar schmerzerfüllte Flashbacks. Und da ist auch noch viel mehr drin. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr ausgeheilt habt. Es war toll anzusehen. War wirklich überragend. Aber jetzt nochmal so ein freundschaftlicher Händedruck fürs Foto. Genau. Sehr schön gemacht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auch danke an das Publikum.